Kommst du bitte einmal heraus? Was ist, Mutter? Mein liebes Großkäppchen, hier hast du ein Stück Kuchen und eine Flasche Wein. Bringt das der Großmutter. Sie ist krank und schwach und wird sich daran laben. Mach dich auf und geh schön bis dahin und geh ja nicht vom Wege ab, sonst fällst du noch. Und das Glas zerbricht und die Großmutter kann ihre Wein mitbekommen. Ich werde alles richtig machen, Mutter. Auf Wiedersehen, Mutter. Auf Wiedersehen, Rotkäppchen. Auf Wiedersehen, Rotkäppchen.